Hector Alcazar Der hier in der Gefängniszelle sitzt, noch sitzt, denn er hat jetzt die einmalige Gelegenheit bekommen von seinem Zellenkumpanen Hector Alcazar zu entkommen. Ja, sehr spartanisch hier. Die beiden müssen sich eine Schüssel teilen. Ziemlich eklig. Aber gut, in deutschen Gefängnissen gibt es sicher mehr Komfort. Trotzdem möchte ich da nicht hin. Okay, sie sagen irgendwas Spanisches. Fantastico. Wie lange habt ihr das Plan gehabt? Seit dem Moment, dass ich Essen in diesem Ort gelegt habe. Ich habe mal kurzzeitig Spanisch in der Schule. Spanisch in der Schule, aber ich habe das dann irgendwann aufgehört, weil es war freiwillig. Und bei freiwilligen Dingen in der Schule ist das immer so eine Sache. Oh, danke schön. Darf ich auch nochmal schießen? Ja, ein kleiner Gefängnisaufstand. Ist ja in Südamerika gar nichts Ungewöhnliches. Oh, jetzt hätte ich fast meinen Kollegen hier angeschossen. Ja, das weiß ich schon. Warte, wie war das nochmal hier so? Oh, haben wir auch mal jemanden getroffen? Ich meine immer hier irgendwie auf Xs Sprinten, aber... Oh, Headshot. Nice. Achso, das sind alles Häftlinge. Okay. Ohne Zielhilfe ist das gar nicht so leicht. Ah, okay. Oh, wo kommt denn der her? Dieses Schnittchen. Ey, lass mich doch mal... Warte, kann ich eigentlich auch aus der Deckung schießen? Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich scheiße. Äh... Hier ist Munition. Ach, sind jetzt doch alle tot? Okay. Ohne Schotze. Nice. Sammy, move it now. So now what? Estamos in Position. Están listos? Sieh, muss gehen auf die Quade. Samuel, geh nach was. Was? Warum? Just do it. Ich bin okay. Warum? Ja, ja, ich bin okay. Warum kann ich hier nicht rennen eigentlich? Ach doch jetzt. Ach, ich muss den linken Stick durchdrucken. Ne, ach so. Okay, er rennt einfach von selber. Okay. Oh. Da war noch was. Oh. Das ist doch mal nett. Ach Gott, die Steuerung. Oh. Du. Du Schlingel, du. Was zum Schulterwechsel beim Zielen? Ah, okay. Schulterwechsel beim... Ah, okay. Cool. Die Funktion ist glaube ich neu. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Waffe hier gibt es öfter. Nehme ich doch lieber die. Na komm. Ach, der ist schon tot. I'm sorry. Hui. Wir sind gut. Komm, ich brauche Munition. Was, Cover? Er schießt hier auch mal? Bin ich der Einzige, der hier irgendwie? Ich hätte gerne die... Samuel, komm zurück! Okay. Holy shit! Holy shit! So, auf geht's, Junge. Ah, dann nehme ich doch wieder die mit, die ist doch geiler. Äh... Wie lang? Okay. Die Toresta! 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 Achso, das ist so ein Turm. Wir werden es nicht machen! Die Tore! Die Tore! Die Tore! Die Tore! Oh mein Gott! Meine Deckung löst sich gerade auf. Ah! Sehr uncool! Kill das! Die Tore! Wir lassen es! Diese Tore auf... nicht nachher! Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie mit ihnen! Gehen Sie! Samuel! Gehen Sie! Das geht aber nicht so! Und nun? Hä? Was soll ich hin, Meister? Huh? Willst du mich verarschen? Äh... Hallo? Müsstest du nicht... Oh... Oh... Sind wir hier jetzt ein bisschen verbuggt, oder? Nein! Ja... Aber hier muss es doch trotzdem irgendwo weitergehen, oder? Der Kasper, der steht hier... Ah... Ah... Ah, okay, es geht weiter... Oh mein Gott! Das ist gar nicht gut... Ah... 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 Das weiß ich... Wasser... Ah... 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 Ich liebe dich, Samuels. Mehr als wichtig, ich glaube dich. Das ist warum du hier bist. Ich kann es verstehen, okay? Ich brauche Zeit. Du meinst, Kuchio. Du wißt du? Das Problem ist, ich habe alle diese Gefühle in meinem Kopf. Hector, hör auf mich. Ich werde es finden. Ich versuche... Wie lange? 6 Monate. Die Leute sind schützt. Sie immer noch mehr Zeit, als sie wirklich brauchen. 3 Monate. 3 Monate ist es... 3 Monate. Kannst du das machen? Sag es. 3 Monate. Halte das Geschenk. Jetzt. Wenn du rennst. Aber versuchst, das Geschenk. Oder mach etwas wirklich dummes, wie geh zu den Autoritäten. Oh nein. Und wenn du es am besten erwartet hast, werde ich da sein. An diesem Punkt... Tod ist keine Heilung, das werde ich dir geben. Oh, das sind ja echt die Kumpels, die zwei. Hier. Komm mal. Jetzt. Die naheste Stadt. Ich hätte nicht so viele Räubergeschichten erzählen dürfen. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen shit zufrieden. Dann was? Dann was? Dann warte. Wenn die Zeit kommt, ich werde da zu holen. Buena suerte, Samuel. Also... Alcazar lässt mich weg, und... hier sind wir. Hier sind wir. Das ist schlecht. Wir nehmen einfach die Träule, und... Wait, Träule? Sam, es gibt keine Träule. Nachdem Rafe und ich weggebracht haben, er hat seine Eltern gekauft, und er hat alle Land in der St. Dismas. Wir haben den Ort für Wochen geöffnet. Avery's treasure ist nicht da. Es ist nicht, dass das Rafe stopt. Der Mann hat lange gedauert, hat noch nicht geöffnet. Ich bin nicht wirklich geöffnet. Was bedeutet das? Ich bin einfach... Ich bin einfach, zu machen ein bisschen von meinem eigenen. Und... Ich glaube, dass ihr Rafe nicht hat das. Es ist wirklich unglaublich, was man findet auf der Internet, diesen Tag. Es ist nur die St. Dismas Cross. Was ist denn? Weil das, was wir gefunden, ist, dass die St. Dismasen ist. Das ist immer noch nicht geöffnet. Das ist immer noch nicht geöffnet. Avery hat mehr als eine Cross. Also, was das, was in Panama ist, wahrscheinlich, noch in dieser Stelle. Mhm. Okay. Wo ist das? Oh, das... Wir haben hier gegen die St. Dismasen. Das ist das, was das St. Dismasen. In drei Tage. In der Rossi St. Dismasen. Der Rossi St. Dismasen. Der Rossi St. Dismasen. Oh, du wirst es? Ja. Und wie planst du auf eine Verwaltung für einen Einwander zu einer Einwanderungsmauer. Du musst nicht unbedingt einen Invitatio sein. Und wo werden wir die Geld bekommen? Ich könnte ein zweites Geld aus meiner Haus aus und es wird noch nicht genug sein. Du kannst es versuchen, zu holen es? Nein. Wir sind. Haha. Thanks, Bro. Haha. Nein, Mann. Ich kann es nicht. Ich bin weg. Was? Nein, ich mache es nicht mehr so. Außerdem gibt es viele andere Leute, die viel mehr bereit sind, um das zu behandeln. Wie? Ich weiß nicht. Wie... Charly Cutter. Nein. Nein, nein, nein. Nein, absolut nicht. Ich glaube, Charly oder jemanden, die du in diesem Telefon hast, mit meinem Leben. Okay? Ich brauche dich auf dieser Seite. Oh, Mann. Sam, es muss noch ein weiterer Weg sein. Nicht mit dem Zeitpunkt, ich habe. Natürlich nicht mit Alcazar. Hallo. Hey, Hund. Es ist mir. Haha. Ja, hör auf. Du wirst nicht glauben, dass du das nicht glaubst. Jameson hat hier einfach mit den Verlusten in. Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber, äh... Es ist so, dass ich den Malaysian Job nachher nehme. Oh. Doch nicht deine Frau anlügen. Das macht man nicht. Nathan. Das gehört sich nicht. So, da müssen wir wohl rein, ha? Siehst du noch etwas? Es ist so, dass die hohe Klasse, hohe Kliniker, die alle für Promo gepackt haben. Und noch keine Säge von Sullivan. Es gibt noch viel Zeit. Es sieht aus, dass die Verlusten in der Geburt, hinter der Mannor. Siehst du es von da? Es ist nur an der Oberfläche. Oh, ich wundere, was sie in da sind. Wir fokusieren auf Avery's Cross, okay? Ich weiß. Du bist sicher, dass du etwas für die Frau gehst? Das ist schön. Wir halten es einfach. Genau. Es einfach. Es wäre einfach so einfach, wenn es nur die zwei von uns wäre. Sam. Wir können schon mal in der Mitte sein. Nein, nicht so clean. Hast du überhaupt gedacht, über eine Back-up-Plan, um zu Sullivan zu bekommen? Nein, weil er nicht. Oder wenn er getrennt hat. Sam. Er weiß die Leute, die in der Auktion. Er wird schmooze seinen Weg durch die Party. Er wird nachher, entdeckte die Tür, und wir sind. Es ist ein Solid-Plan. Mhm. Mhm. Okay. Okay. What if he stole the Cross for himself? Not in a million years. Victor Sullivan. Same Victor we're talking about, right? Yes. He's double-crossed people in the past, but not us. No, not you. I know you two have never seen eye to eye. Huge understand. But I trust him, alright? He's family. And... No, no, no. I just need you to trust him, too. Fine. Fine. He'll come through for us. Eventually. Come on, you have to. At least just for one second consider the possibility. See? Trust. In Sully we trust. Let's try to keep the Tux clean. Auch wenn ich beim Schätzefinden schon versagt habe, wahrscheinlich in der letzten Mission. Can't believe I'm here. With you. In Italy, huh? Yeah, me either. Just wish the circumstances were less tense, you know? I don't know. The sights are a bit more enjoyable that way. Oh! So this isn't your first time here? Oh, it's more like... Third? Had a couple of odd jobs. With Sullivan. Well... Yeah. Okay. Ach komm. Hier muss doch irgendwo ein Schatz sein. Verarsch mich doch. Puh. Kein Schatz für Drake. Ah. Wo sind wir hier eigentlich? Hier noch ein Schatz? Da ist doch was! Oh, da haben wir schon wieder Sachen vergessen. Äh, vergessen. Nicht gefunden. Aber dachte ich mir ja schon. Ein Mogul-Wassergefäß. Mogul? Mogul. Dann sind wir doch in Indien, oder? Okay. Dann ist kein Weg nach dem Bruch. Natürlich. Oh fuck, welche Taste war das jetzt nochmal? Hm. Hm. Ah, okay. Wir brauchen das Seil noch. Hm. Watch this. I'm watching. Ich, äh... Ich hab's verloren. Ich sehe, es ist, äh... Es ist alles in der Bruch. Lass mich es sehen. Muss ich jetzt auch noch zielen, oder was? Ah, geht doch. Siehst du? Ja, das ist nicht schlecht. Für einen zweiten Versuch. Okay, wir müssen da rüber. Hier geht's. Oh. Siehst du das? Oh, wie ein Pro. Es ist dein Turnier. Haha. Wie ein Pro. Hm. Okay, also wo ist der nächste? Okay. Kommst du da hoch? Ach, du bist runter. Ich bin doch schon an dir vorbei. Hey, ich bin doch schon an dir vorbei. Hey, ich bin doch schon an dir vorbei. Hey, wir können da hinten hoch nach unten. Ja, definitiv. Äh... Okay... Darunter jetzt, oder was? Uh... Okay. Okay, hier geht's. Haha, das erste Mal. Okay, niemand mag eine Show-off. Okay, komm Nathan. Sieht aus, du kannst runter und deinen Weg nach oben machen. Genau hinter dir. Okay. Sch-sch-sch-sch, warte. So wie gesagt, respira durch ein Tubo und vielleicht kann er nicht mehr gehen. Ah, gut. Hey, hast du ihn gemacht? Sie sprechen aber kein Indisch. Das hört sich auch noch Spanisch an. Okay, wir sind gut. Jesus, hast du ihn gesehen? Der Renner-Tug verbringte ein bisschen ernstes Hecht. Sch-sch-sch-sch-sch. Sam, wir werden das so schnell entfernen, wir brauchen ihn nicht. Ich hoffe, du bist richtig. Ah, all diese Jahre. Das sind die Dinge, die du am meisten missen. Was? Oder was? Nein? Na gut. Wie was? Der Schmuck von frischen Citrus? Äh... Äh... Der Motorrad? Das sind kleine Dinge, aber... ... sie sind hoch. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Das sollte halten. Das sollte halten. Ich soll mich abseilen? Aber das will ich doch gar nicht, oder? Na ja, okay. Zumindest ein Stück. Wuiiii! Wo sind wir denn hier? Ach... Ach... Diese Lande sind ein bisschen mehr schrecklich, als ich mich erinnere. Ja, erzähl mir über das. Also, äh... Woher wirst du denn jetzt da hoch? Ich wünsche dir. Elena hat einiges filmt, aber die Kamera hat es nicht gemacht. Hm... Das ist zu schlecht. Ich habe einige Bildern, doch. Wenn wir zurückkommen, kann ich dir zeigen. Du hast Bildern? Was, sind sie auf dem Brot oder was? Nein, ich... Sie sind gute Bildern. Ich kann nicht warten. So. Warte, ich möchte jetzt da runter. Ah, ich glaube, da runter soll ich nicht. Oh, Mann. Keine Schätze. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel richtig geil aussieht? Glaube ich schon. Aber ist halt einfach so. Oh, nö. Oh. Ah, hier. Äh... Achso, ich glaube, da müsste ein Sprung eigentlich reichen, ne? Geronimo! Oh. Oh. Da ist das Fenster, ne? So, und nun? Ach, hier wahrscheinlich. Oh, das sieht so aus. Ich glaube, du meinst prekärisch. Irgendwas... ... kracht hier bestimmt wieder runter, oder? Oh, Scheiße! Ja, natürlich. Ich wusste es. Ja, ich bin gut. Ich wusste es. Ja, ich bin gut. Oh. Und... Hui! So, mal vorsichtshalber an der Seite ran. Nö. Ah, okay. Brüderchen tut auch mal was. Ich würde... ... aber ich vermisse es nicht. Dankeschön. Gut. Äh, Nathan... Nathan! Was? Oh, ja. Natürlich. So, wo ist denn Sully, unser guter Freund? Ja, wir haben die Tür. Es ist ein Zeitpunkt. Es ist sehr lange, Boyle. Du erinnerst meinen Möchigen, nicht? Victor? Ich bin Gott, 15 Jahre. Ja. Schön, dass du hier bist, Sam. Mhm. Wir versuchen ihn zu leben, indem du diese Krohse, ja? Ja, um, das zu tun. Was, was das zu tun? Oh, nicht gut. Okay, okay, but we just need a diversion like 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 I don't know but there's got to be something if the gods see us making for that cross they don't see us Jesus you guys act like you never spend time in prison if you want something dirty done then you wait for the lights out yeah where's that electrical panel for this place the ventilation electrical that's it up here we just have to climb up there and kill the lights grab the cross in the dark there will be an emergency generator and it'll give us a few seconds of darkness to work with meaning we'll have to be right next to the cross when the lights go up there's no way we can get that close without being noticed Okay, we sind in Italien Mosse Hi How are you? Ciao Can't you focus? Waiter wouldn't get noticed That could work That will work All right, all right, I'll get to the breaker room and kill the power You mean I'm the waiter? You're the best pickpocket What? You head down to the floor keep your eye on the prize, okay? Let us know if anything pinky goes down Roger that All right, listen, we still got this Ready? 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 All right, follow me Come to the cellar Also, wir machen den Strom aus Hört sich jetzt nicht kompliziert an Thanks I have chocolate for going vegan Pardon me, really? Pardon me You're kidding me Hell no Ich sollte ihm folgen, oder? Ja Ich finde es immer so krass, dass man sich so viel Mühe ergibt für solche Räumlichkeiten, wo man nur einmal im ganzen Spiel vorbeigeht Oh, was haben wir denn hier? Rossi Estate Auction Lotholder Wo ist denn das Cross? Also Chinesische Bronzefiguren, Terrakotta, Terrakotta Krater Ein Ei Eine Statue Syrische Ikone Hölzeres Kruzifix Das muss das sein Nummer 1411 Nachlass von Sir Nicholas Trott Anfangsgebot 20.000 Das hört sich doch okay an Ich glaube, das müsste es gewesen sein, oder? Ah, hier gibt es viel teurerer Guck mal hier 10 Millionen Anfangsgebot Kein Kommentar dazu, Nathan? Oh mein Gott, das sieht so gut aus Natürlich ist es abgesperrt Natürlich ist es abgesperrt Der war ein Kölner Der war ein Kölner Ja, das gehört Ich denke ich kann einen simplen Liebungen Also, ich muss ihm immer auf den Arsch starren, okay? Tödödö Tödödö Und er wunderte mich. Okay. Okay. Mal versuchen wir das wieder. Wir brauchen immer noch diese. Great. Good luck. We'll be in touch. Oh nein. Sieht aus wie ein Bond-Girl. Hallo. Hallo Nadine. Pleasure zu sehen dich wieder. Nur diese Zeit habe ich dich auf. Ich glaube, ich sollte glücklich sein, dass das echt ist. Ich glaube, dass du dich aus der Fertig ist. Ja. Du weißt, wie es ist. Every once in a while ein Job braucht uns alle... ...dolled up. Ich bin einig. 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 Ich kann euch mal einig. Ich kann euch nicht sagen, was es einig zu gehen, ... zu einem Englisch. Auch wenn du ein Amerikaner bist. Ich muss mich auf meine Eltern abonni für das. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich kann euch einig? Ja, auf dem Rucks. Ich bin gleich. Ich bin einig. Ich bin einig? Ich bin einig. Ja, ich bin einig. Die Frau ist versucht, dich ein Bier zu kaufen. Nadine Ross ist mit mir ein Bier. Nadine Ross? Sie ist nicht in der Armie für Hire? Sie heißt, das Land? Die Lande? Lande Lande. Ja. Ich weiß, du hast einen Geh-Inner mit ihnen zu gehen. Ich bin, wie ich sie nicht. Sie sind nicht aufgeregt. Ich bin gut, hier zu gehen. Alles klar, wir sind fertig, Sully. Du bleibst von Problemen, okay? Ich versuche es. Bereit? Ja, lass uns das machen. Wenn es wieder heißt, Bam Boom Bang, wir spielen Uncharted 4 A Thief's End. Macht's gut, bis bald und Servus. Bis zum nächsten Mal.